So, da sind wir wieder und das Schaf ist auch noch da und ich glaube nicht mehr lange... Oh, nicht runterfallen, sonst muss ich dich suchen, das ist doof. Nein! Nein! Blöde Schaf. So. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es da oben nicht in die andere Richtung weiterging, sonst wäre das ziemlich doof. Guck mal, da wäre es auch lange gegangen. Okay, also ich behaupte einfach mal, da ist nichts mehr und... Wow, gut. Da unten weiß ich nicht, ob wir jetzt schon alles abgeräumt haben, aber ich glaube schon. Das war diese... Höhle, wo wir ein paar Münzen aufgesammelt haben, aber da ist nichts, wofür wir einen Double Jump brauchen. Das ist komisch, dass hier so... Dass diese Lücke hier so riesig ist. Aber da ist auch nichts anderes. Dann gehen wir hier wieder raus und gehen mal wieder zum Shop, weil wir haben ja jetzt voll viel Geld. Wo war der Shop denn? Da ist er. X. Ja, her mit den DLCs. Okay. Ja, die Karte brauchen wir wahrscheinlich. Das ist das Einzige, was wir uns von den großen Sachen hier leisten können, damit wir durch den Wald können. Dementsprechend leisten wir uns die. Some companies give away maps for free. Manche Firmen geben Karten kostenlos her, aber nicht wir. Ja, deshalb geben wir dafür jetzt Geld aus. Und ich bin jetzt sehr dafür, dass wir uns einen schönen Hut kaufen. Ah. Ja, sexy Outfits für pixellige Frauen. Her damit. Und Pet Pack. Wahnsinn, wir kriegen einen Goldfisch. Hahaha. Wenn der mich verfolgt, dann bin ich begeistert. Oh. Achso, das sind die gekauften DLCs. Okay, das ist die Übersicht. Und das sind die Sachen, die verfügbar sind. Ja, die holen wir uns auch. Ich will einen Goldfisch haben. Und das können wir uns nicht leisten. Wo ist mein Goldfisch? Da ist ein Goldfisch. Guck mal. Untersuchen. Es ist ein Goldfisch. You tap the glass. Du tippst an das Glas, aber der Fisch ist oblivious. Whatever it does, it's doing it now. Disappointing. Okay. Also mein Fisch ist voll begeistert von mir. Jedenfalls haben wir jetzt unsere Karte. So. Mit der Karte kommen wir jetzt durch den Wald, der irgendwo hier hinten war. Ach, nö. Jetzt hat der Bikinis an. Ich glaub's nicht. Stimmt, eigentlich müssen wir uns mal die Leute anschauen. Also der Typ in Bikini ist nicht schön. Ganz ehrlich. Der auch. Der guckt auch noch so doof. Okay, eigentlich gucken alle hier doof. Ja, der sieht gut aus. Das ist so ein bisschen SM. Aber gut. Gibt's hier eigentlich auch Frauen? Ich glaube, es gibt keine Frauen. Doch, es gibt eine Frau. Naja, fast. Eine Frau gibt's. Die ist hier unten. Naja, es war auch keine Frau. Ach, verdammt. Hat sich ja voll gelohnt, das DLC-Pack. Ei, ei, ei. Gut. So, also ab zum Wald. Also der Typ ist echt der Knaller. Aber ich finde so einen Hut auch schön, oder? Also ohne Hut. Das machen wir jetzt so wie Indy Jones. Ohne Hut gehen wir nirgends hin. So, untersuchen. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Sozusagen eine andere Welt. Und der Shop-Mann ist auch wieder da. Ja, dich kennen wir schon. Vielleicht hast du mal meinen Zwillingsbruder wahrscheinlich, der lustigerweise auch verkauft. Und dieselben Items. Ähm, gut. Also dieselben Items. Brauchen wir irgendwann auch mal. Aber dafür brauchen wir erstmal Geld. Und deshalb schlachten wir erstmal diese schutzlosen Bäume. Oh, da ist noch so ein Baum. Ich gehe jetzt hier runter. Ich will wissen, was hier unten ist. Da ist wieder so eine... Okay, da war ein Münster drin. Ist da noch mehr? Tja, da geht's auch rein. Es ist halt schwierig. Man weiß nicht... Ich denke mal nicht, dass da noch was ist, aber... Doch, da war noch eine Münze. Tja. Oha! Okay, da ist ja... Okay, man hätte auch oben lang gehen können. Na gut. Dann gehen wir erst oben lang. Und dann... ...vergesse ich die eine Münze. Ich bin mal gespannt, ob man wirklich alle Münzen braucht. Ah, ich habe sie doch. Okay, da gehen wir nachher hoch, habe ich ja gesagt. Jetzt gehen wir hier rein. Wow! Viele Münzen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr cool. So. Oder war da noch was? Nö. Das waren viele Münzen. Okay, dann brauchen wir nur noch 100. Da ist ein Pfeil. Dem folgen wir zu noch mehr Münzen. Bad Guy Hideout Area. Okay. Da ist wieder so ein geheimer Gang. Und, 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 und. The Zombie Pack. Ja. Das ist natürlich die Frage. Catch them all. Okay, ich habe wohl alle DLCs freigeschaltet. Also, ihr merkt schon, das Spiel ist nicht wirklich lange. Uah. Hallo. Ich will nicht. Kann ich mit dir reden? Ha, 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 ha. Oh, Gunpack. Okay, ich habe wohl nur alle, äh, Truhen oder Schätze eingesammelt. That demon, ihr, äh, ID, äh, hat das nicht gefühlt. Oh, und er muss eine bessere Waffe holen. Ja, das ist ein Troll. Und, und, ich vermute, wir brauchen unser Pferd irgendwie. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen Münzen. Ah, da waren wir schon. So. Da geht's auch lang. Oh Gott, ist hier wieder viel los. Da komme ich hoch, aber ich gehe erstmal wieder hier lang. Oh, da ist ein Schaf und ein Baum. Böser Baum. So. Es muss eine Tiefung geben für Töter alle Schafe. Sonst machen die Schafe so keinen Sinn. Außer, dass ich den Bar-Schäfer etwas enttäusche. Hops. Gut. Also, wir können uns zumindest die Rüstung für das Pferd leisten. Das ist ja schon mal was wert. Und haben noch ein bisschen über. Oh, da geht's runter. Aber ich will erst zu diesem Schaf. Da geht's nicht rein? Doch. Habe ich jetzt alle? Natürlich nicht. Dann laufen wir nochmal hoch. Halt. Da ging's lang. Sehr schön. 328 Münzen schon. Und es waren noch lange nicht alle. Oh, da muss man auch runterspringen. Da war ja nichts mehr. Richtig. Münzen, 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 Münzen. Da falle ich jetzt wieder runter. Genau. Mann, sind hier viele Münzen. Was muss ich denn noch alles kaufen? Okay. Da muss ich wieder von oben lang. Also, es ist schon ein bisschen Ja, es ist nicht mehr so linear mittlerweile. Man muss schon ein bisschen hin und her laufen. So, jetzt nicht da blöd runter. Sehr gut. Da war ja nichts mehr. Okay. Nochmal hoch. Und die Münzen da oben wollen wir natürlich haben. Viele Münzen. Viele Münzen. Ach, verdammt. Wer ist jetzt noch? Ja. Habe ich alle Münzen eingesammelt oder so? Kann das sein? Dann wäre das Spiel schon sehr, sehr schnell rum. Anscheinend. Okay. Ja, dann gehe ich mal wieder zu unserem Händler. Und werde zusehen. Könnt ihr sich bitte diesen Bikini ausziehen? Ist ja schlimm. So, jetzt schauen wir nochmal. Ja, 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 ja. Also, wir haben hier eine Waffe. Wir haben die Rüstung für unser Pferd. Und Zombie Pack. Haha, die Zombie sehen toll aus. Und bevor wir die jetzt aber wieder kaufen, machen wir mal wieder einen Cut. Und vielleicht schaffen wir im nächsten Part schon das Spiel durchzuspielen. Schauen wir mal. So, genau. Bis zum nächsten Mal dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.